Die Architektin ist auf dem Weg zur Schule, Terry. Transhexen sind noch viel gefährlicher als Transfrauen, weil sie magische Kräfte haben. Die können uns alle geschlechtsumwandeln. Ich werde sie einfach töten. Du kannst jetzt nicht die Architektin unserer Schule ermorden, Terry. Überlasse sie doch bitte Sophia. Sie findet ihre eigene Lösung. Ich brauche dich für eine andere Aufgabe. Kann ich bitte Hitler töten, Herr Direktor? Das ist auch eine Idee. Du kannst es gerne versuchen. Ich schicke dich in die Zeit zurück und du tötest Hitler, mein Junge. Verdammt! Warum stirbt er nicht? Willkommen zurück, Terry. Ich befürchte, Hitler wird niemals wirklich sterben. Wie der dunkle Lord kehrt er immer wieder zurück. Sie haben sie ermordet. Hätte die Architektin nicht ihre Hetze verbreitet. Danke für die Knarren, Terry. Jetzt können wir uns gegen die Sifferins verteidigen. Danke, dass du meinen Schülerinnen Waffen geschenkt hast, Terry. Sophia hat sich auch sehr nützlich gemacht und die Architektin festgenommen. Nach dem Tod der Transschülerin hat sie sich bereit erklärt, sich in der Nervenheilanstalt St. Morons um Besserung zu bemühen. Beim heiligen Merlin, es ist der dunkle Lord. Mein Großvater Heinrich Himmler ist hier vor der Schule. Bitte bleibt in Deckung, Oliver und Sophia. Keine Sorge, Herr Direktor. Ich habe da eine Idee. Magisches Feuer. Großartig, Terry. Wir sind die finsteren Herren erst einmal los. Aber ich befürchte, sie finden einen Weg, zurückzukehren. Jetzt wünsche ich dir erst einmal frohe Weihnachten, mein Junge. Danke fürs Zuschauen, liebe Kinder. Oder Erwachsene. Oder Erwachsene, hoffe ich. Diesen Film hat Feuerbringer vollständig mit künstlicher Intelligenz gemacht. Komplett zum Spaß. Ohne kommerzielles Interesse, weil er dafür einfach zu dumm ist. Wir sind also alle gar nicht echt. Außer ich. Wir sehen uns wieder, liebe mündige Erwachsene. Und tut mir bitte einen Gefallen. Teilt das Video. Teilt es, als würdet ihr den dunklen Lord damit ärgern. Vielleicht stimmt das sogar.